hallo meine freunde der leichten unterhaltung und willkommen zurück zu dark souls letztes mal mussten wir halbwegs rage quitten weil ich aber sauer war da sind wir jetzt bin ich an der gleichen stelle und wir macht genau da weiter ich habe den typ noch nicht gekillt das machen wir jetzt gemeinsam auf ihr seid dabei und dann können wir weiter erforschen so müssen wir den erst mal anlocken hier ich komme und müssen da kommt der ist einer der gemütlichen jetzt kommt er bei mir stehen nicht zu viel wollen das können wir nicht zulassen so jetzt die frage gehen wir hier lenken wir gehen wir hier lenken um kurz rein gehen und gucken was da ist oh hier liegt jemand eine große seele das schon mal gut haben wir so viele seelen verloren kein spaß mehr hier kann ich finden wir können auch geradeaus gehen und dann noch mal hoch wir gehen erst mal geradeaus hoch wo wir hinkommen da kommen wir schon sich durchhauen weiß aber nicht eine menschlichkeit bekommen das ist schon mal gut okay so viele schon verloren und die tür aufschließen und sich durchhauen stimmt wir gehen wir hier hoch da hinkommen jemand gefangen ist das reden der mensch okay bringt er mich umschalten jetzt noch mal mit ihm reden er wird sich einer so ein arsch ist aber naja lassen wir ihn mal wenn wir es befreit gut war oder schlecht war sie hätten wir denn sehen wir gehen jetzt einen anderen weg zu gehen und sehen was es da so gibt ein bisschen aufpassen hier das ist so ein bisschen ich bin auch ein bisschen schreckhaft aber hier geht es ja wirklich hart zur sache und dann wollen wir mal hoch gleich oder gehen wir durchgehen das machen wir jetzt einfach mal mit schnittschirmes sein okay wir kommen auf dem dach jetzt habe ich angst dass diese stein dinger irgendwie zum leben erweckt werden aber ich glaube das passiert nicht da drüben können wir rüber in noch ein nebel gehen war das so gut ich glaube irgendwie nicht na welcher wird er mich töten wollen das ist ja man leute die dann schon so besagt hier welcher niemanden wir gehen behaupte ich mal wenn wir eine taktik rauskriegen oh komm her okay 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 oh okay 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 Und davon soll man ja auch nicht Oh jetzt aber aufpassen Oh oh Was ist denn hier? Was macht er denn da? Mist, muss ich ausreichen sollen? Ah, verksamtags Welche kriegen müssen? Shit Das müsste echt ausreichen, sonst kriege ich ihn nicht geschlagen Oh Mist Nein Okay Okay Ist das schlimm Okay, schnell zurück Okay Let's go And then toe Toe Maybe Toe was ist das denn quatsch okay das war natürlich behindert hat ja keine ahnung dass er zwei von ihnen kommen und ein zweiter so ein kack das ja beschissen das ist ja wirklich beschissen hier laufen wir hin und entfachen das feuer auf jeden fall einmal das haben wir denn und dann müssen wir uns nicht mehr um was anderes kümmern das mache ich jetzt einfach scheiße ok Das nervt mich jetzt total, dass ich daran gestorben bin. Okay, jetzt war ich zu leichtsinnig, jetzt dachte ich, ich könnte alles auf einmal schaffen. Er hat es natürlich nicht geschafft, blöde, blöde, was machen wir jetzt, also wir können natürlich, naja, die Priorität sollte sein, das Leichtfeuer jetzt auch mal anzumachen da hinten, damit ich nicht mehr diesen langen Weg laufen muss, aber, ah, Monsterviech da, ey, wir kommen da zwei von den runter, ich hätte den alleine nicht, glaube ich, irgendwann geschafft, aber da zwei kommen, das klingt um die Möglichkeit fast, wo wir ganz in Ruhe kämpfen hier. Ach, Mann, oh. So, ich dachte, ich hätte eine gute Taktik beim Galway gehabt, aber war ja klar, was kommt, das wäre ja zu einfach gewesen, so, ne? ne? Ne. Ne. Ich. jetzt bin ich echt jetzt bin ich echt gerade richtig schlecht mache ich einen fehler nach dem anderen lassen los habe mich so rausgerissen die beiden gar gold star das macht mich traurig gleich weine ich ein bisschen ich muss mich jetzt mal konzentrieren wieder es schaffen das scheiße ist ja wirklich scheiße ganz im ernst so muss ich jetzt mal konzentrieren nach wieder nur fehler an Man hört, dass ich frustriert bin, es tut mir auch echt leid, aber ihr leidet mit mir, oder? Ihr leidet doch bestimmt nicht. So, was muss man mit dem Tick noch killen? Oh, ganz clever, aber den habe ich von hinten. Also. Wollen wir auch mal runterkommen? Komm. Au dich. Kleiner Schritt. Ein paar Scherben haben wir, dass wir können beim Schmied auf jeden Fall wieder was schmieden. Hoffe ich zumindest. Gehen wir hoch und machen die noch kalt und dann gehen wir unserem Schmied hier nach. Okay, ist gut. Nix. Nächsten da drin? Dumm, 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 dumm. Oh. Okay. Verwischt. Ach man, das nervt. Nervt so dermaßen. Jetzt spring doch mal weg. So blöde. Man macht echt so leichtsinnige Fehler. Gehen wir da. Wo ist er? Das ist doch gar nicht, dass er nicht tot geht So, noch einer drin So, dann müssen wir rausgehen und draußen das fertig machen Damit wir einmal zu diesem Schmied kommen und das Leuchtfeuer entzünden Weil sonst wird das hier alles Okay Okay so jetzt rennen wir nochmal zum schmied und dann entzünden wir dieses leuchtfeuer ärgerlich ärgerlich so viel leid tragen war anders wegen nur wegen purer dummheit wirklich wegen purer dummheit das spiel selbst ist ja nicht unfair selbst ist nur total dumm wir gehen runter zum meister haben sie noch mehr verstärken muss ein bisschen mehr stecken diese hier meine waffe gemacht meine streich sind wieder auf 95 er hat das gerade gesehen nicht der ernst jetzt noch da 142 dass die ging noch gerade eben wieder runter auf okay ich würde sagen wir gehen auch mal hier runter zu dem iopei da unten und versuchen den mal zu killen vielleicht nicht aber wir versuchen es mal okay 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 blutrot am brust wo geht es hier hin wir wissen es nicht winsterwurzgarten na jetzt nur wo wir hinkommen was bringen diese blumen hier was oder sind es nur leuchtblumen da 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 oh shit na gut leute wir sind noch ein bisschen weiter gekommen das wird unsere nächste station sein vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal